Guten Abend, richtige Ernährung, gründliche Zahnpflege und eine fluoridehaltige Zahnpasta aus einem umfassenden Coop-Angebot sind zusammen mit einer guten Zahnbürste die besten Verbündeten im Kampf gegen die Karies. Immer häufiger erleben Zahnärzte aber die folgende Situation. Haben Sie Probleme mit Karies? Nein, Karies kenne ich nicht. Aber in der letzten Zeit habe ich das Gefühl, meine Zähne sind etwas länger geworden. Karies? Nein, aber das Zahnfleisch geht zurück. Warum es trotz sorgfältiger Pflege freiligene Zahnhause geben kann, sagt uns Herr Dr. Bieri, der Leiter des Elmex-Forschungsteam. Mit zunehmendem Alter, so ab ca. 40, bildet sich bei den meisten Menschen das Zahnfleisch zurück. Die freien Zahnhälse sind nicht durch harten Zahnschmelze geschützt. Darum sind sie abriebempfindlich, oberflächenraub und kariesanfällig. Wenn aber der ungeschützte Zahnhals mit einer zu harten Bürste oder mit einer zu stark abrasiven Zahnpaste gereinigt wird, dann werden die Folgen spürbar. Der Zahnhals wird empfindlich. Auf diese Erkenntnisse hat die Elmex-Forschung reagiert und ein Zahnpasta für freiliegene Zahnhause entwickelt. Die neue grüne Elmex mit Aminflurid für besonders sanfte Pflege bekommen sie jetzt natürlich Albicope, zusammen mit der Kinderzahnpasta und der roten Elmex für normale Zähne. Das hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist nicht etwa ein Kunstwerk eines jungen Eisenplastikers, sondern ein Schrottpaket aus gebrauchten Konservendosen. Sammeln und wieder aufbereiten von diesen Wüchsen, oder auf gut Deutsch das Ferro-Recycling wird bei uns tatsächlich immer beliebter. Fast dreimal mehr Konservendosen als im Vorjahr, nämlich 1'800 Tonnen, sind 1989 in diese Sammelcontainer, die heute schon rund in 950 Gemeinden stehen, zurückgebracht wurden. Und das mit Recht, Konservendosen sind nämlich hauptsächlich aus Weissblech hergestellt, die man zu 100% wiederverwerten kann. In diesem spezialisierten Betrieb in Oberrüte werden Dosen mit anderen Weissblechabfällen gemischt und verschreddert. Rund 7 Stunden dauert es anschliessend, bis sich das Zinn in den elektrisch geschaltenen Bädern vom Staublech getrennt hat. Das im Zinnmaterial wird gepresst und als hochwertigen Schrott an die Stauwerke geliefert. Aus Zinn immerhin 3 bis 4 kg pro Tonnen Altomaterial kann nochmals gebraucht werden, z.B. für neue Dosen. Sie sagen, Konservendosen sind wertvolle Rohstoffe, die man nicht mehr in Kehricht werfen sollte. Gereiniget und ohne Etikette in Sammelcontainern bedeutet weniger Schadstoff, weniger Energieverbrauch und weniger Entsorgung. Die CUP hilft Ihnen übrigens beim Aussortieren des Verpackungsmaterials mit dem entsprechenden Entsorgungssymbol auf den Verpackungen. Guten Abend. Viele von Ihnen haben uns geschrieben, dass Sie das Fitnessrezept vermissen. Das freut uns natürlich sehr und wir möchten Ihnen einmal im Monat ein Rezept zeigen, das speziell auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung ausgerichtet ist. Heute z.B. eine Gemüseplatte aus dem Korbangebot, die zurzeit besonders vielfältig ist. Nach dem Rüsten bereite ich die verschiedenen Gemüse möglichst schonungsvoll zubereiten, damit empfindliche Vitamine und Mineralstoffe nicht verloren gehen. Die Blumen können in wenig Salzwasser kochen, den Lattich dämpfen bis er zusammenkommt, Kohlrabi und Krutstil mit wenig Salz und Wasser im Dampfkochtopf garen. Zu diesem Gemüse gibt es eine Sauce mit frischen Kräutchen, Peperoniwürfel und halbfettem Quark. Weil das Gemüse sehr kalorienarm ist, können Sie ganz nach Herzenslust davon essen. Und für zusätzliche Nahrungsfasern sorgt das Vollkornbrot, das wunderbar dazu passt. Wenn Ihnen das Rezept gefallen hat, lesen Sie es doch in der Coop-Zeitung nach. Und hier noch ein paar besonders günstige Angebote. Tolle Damen und Herren T-Shirts gibt's jetzt bei Coop in allen modischen Farben ihr Shirt nur 10 Franken. Um den Durst zu lösen, offert Ihnen Coop Rivella Rot oder Rivella Blau Kalorien an für nur 1 Franken. 100 Gramm Hinterschenkel bekommen Sie für nur 61 Franken. Schweizer Eier aus Bodenhaltung für nur 73 Franken. Und Peperoni Grün, Gelb oder Rot für nur 39 Franken. Und das ist das Coop Bibliumsangebot 3 Schachteln Gerber Gala Topura am Frischkäse für nur 73 Franken. So viel für heute aus dem Coop Mittwochstudio. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend.